Moin Mike, was geht? Und wie geht's gehen, Leute? Kenn doch, Gott! Oh, aus der Dornste. Oh mein Gott! Ey, Prime, bitte, also... Oh, ab! Ja, Birdie! Oh mein Gott! Dicker, was ist das denn jetzt? Ey, ich dachte, das wär... Ich seh nichts, ich weiß nicht, wer das ist. Hä? Ey! Was? What? Auf jeden Fall muss ich heute Skybox gewinnen, aber diese fünf Personen hinter mir... versuchen darfst du behindern. Viel Spaß! Lass gerne schon mal da für'n Like da und schau doch gerne mal beim... BRC ist da vorbei und jetzt sind alle Cosmetics reduziert auf wie viel? Zehn Prozent. Zehn Prozent! Jetzt zugeschlagen, nur noch für kurze Zeit. Ey, wirklich, ich bin Marketinggenie. Ja, bist du auch. Ja, wir müssen wie gesagt, der Skybox gewinnen, also ein ganz normales Skybox in 24 Stunden, aber die fünf Leute hinter uns versuchen das, wie gesagt, zu verhindern mit allen der Mächten. Der Titel ist eher, glaube ich, wie ich gebannt werde. Oh, komm her! Ist eigentlich schon selbstverständlich, aber das Ganze ist halt von Dream inspiriert, deswegen lass noch ein bisschen Liebe da bei seinem Hauptvideo. Viel Glück, Jungs! Also, wie willst du auf der Map eigentlich gewinnen? Spaß Klaus, chill! Geile Map, yeah! Ich glaub, die Map sind die einfachste Map, oder? Weil, da kann er doch jeden Runde machen. Ja, aber, als wenn er fünf Leute hintereinander runterlockt. Ich bin tot! Da hat noch einer Sense! Wenn Klaus das Video sieht, dann war's das mit uns allen. Klaus, Chip! Wir sind Homies! Ich hab Gomme unterstützt, da hat er noch keinen Spieler gehabt. Ich komm hatte keine Hose, hä? Hier läuft ja wirklich jeder mit Sense rum, ne? Ich werd nicht mehr. War's das schon? Ich werd... Ey, bei Gott hier hat niemand Päusen. Äh, Inviskeport hat. Das ist übrigens eine coole Map. Äh, gerne öfter mal. Wieso hab ich so schlechtes Feuer vor dir, was ist das eigentlich? Warte, hab ich halt trotzdem... Hell, warte, was? Weiß ich auch nicht, wie das funktioniert. Vom Real Mike, ne? Dein Video? War echt gut dafür. Und Birdy, das war dir dein. Was ich nie bekommen hab... Ach, scheiß auf dich. Ich lobe ihn gerade, jetzt tötet er mich, ja. Ich hab Enderpoint gehabt. Ich hab nix, Digger. Ich schreib Klaus, da aller Mike, der zieht Leute in Sky, wo... Ey, wirklich, ne. Ich hasse diesen Emote so hart. Der macht mich so hart aggressiv. Nein! Okay, jetzt... Jetzt liegst du noch ein Kinn, Nassi. Bitte. Der hat ne... Oh, oh, oh. Digger, guck dir mal die Karte an, hä? Mike, der hat ne 10er Karte, ey. Alter. Welches ist der SVA-Event gewonnen? Boah, der gehört die schon... Der gehört die von dir. Bitte, bitte, bitte. Lack irgendwie rein, der Kinn. Ja, guck mal, Digger, also... Also macht MLG, also... Ja, Entschuldigung. Oh, er wird ja nur ein bisschen zurückgebacken. Ja, nur ein bisschen. Wollt ihr Komma, Anti-Cheat? Gar keinen Bock. Ey, jetzt wacke ich. Fuck, ey. Jungs, meeting in der Mitte. Okay, die sind jetzt 20x1 runter, weil... Einfach deswegen gehen wir es nix runter mit 60x1. Leer, Parmo, ihr alle müsst mich umbringen, danke. Ich hab gegen den blauen Affen. Jungs, meeting in der Mitte? Die Menschen, du willst dich für SVA anmelden, sie schreiben so... Hier, Karte, da lachen wir ja nur. Hauptsache, Predo, wir schon nix alleine einfach. Moin. Ja, wo ist der denn? Redi? Die Hölle hast du da den Hit gekriegt? Die Jungs, die müssten mir, glaube ich, Wasser runter drücken. Nee, wissen nicht. Ja, perfekt. Mike ist ganz dahinten. Ich dachte, Mike wäre in der Mitte. Das ergibt keinen Sinn, Mike. Ich weiß, ich weiß, Redi. Ich weiß es eigentlich gerade nicht. Brian, soll ich mal Mike fluten? Noch mal. Er baut sich andere Richtung. Pass auf, da kommt blauer Affe, Jesus. Ui, der letzte Entnervöse. Mike gegen blauen Affe? Er hat ihn. Ja, blaue Affe wird geschüttet. Aber Mike ist tot. Hä? Wie? Oh, er hat echt noch was. Jesus muss hochkommen. Ey, Prime, wirklich, also... Nein, ich verkillst dich. Ich flieg direkt... Nein, Birdie! Ja! Oh, Birdie, bitte, Birdie, bitte, Birdie, bitte. Er denkt auch, er kann mich auch klären. Guck jetzt, was ich mit ihm mach, guck jetzt, was ich mit ihm mach. Er geht Water. Wie, du gehst Water? So was machen doch nur Leute, die in Water gehen. Birdie, es blieft dich nicht selbst. Ach, du bist nicht blauer Affe. Mach Wasser weg, mach was. Mach die Wasser weg. Birdie, Birdie, komm zu mir und gib mir Wasser. Setz mir Wasser, setz mir Wasser. Wo bist du denn du? 7,54. Aber jetzt lass ich ihn doch wegkommen. Alter, Susi sind kömmler auf der anderen Seite, die kommen gar nicht so schnell zu dir, ne? Nein, mach die erste Seite. 7,54. Ja, Birdie! Nein, Birdie! Hä? Was ist das denn? Oh mein Gott! Egal, warte, wer hält das Ding aus? Susi oder? Hä? Hey, hey, was geht's? Ich glaub, Susi hat gewonnen. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Liesst Mike schneller ab? Mike, Mike spießt schneller ab. Ja doch, Mike spießt schneller ab. Mike spießt schneller ab. Aber warum das denn? Digga, lass es zu Ende sein. Schön. Boah, Junge, ich gewinn echt. Ich muss fuck you sein. Digga, es muss nix fuck you sein. Du hast Fenstermodus und recht, klick auf die Leidenschaft. Oh mein Gott, war das insane. Mach, mach, mach. Du, mach, mach. Oh mein Gott. Ich hab Angst, dass Klaus Dallons zuguckt und mich gleich weghaut. Safe, Alter. Ey, krank, wirklich. Krank. Moin, das ist die erste Runde Stonehenge. Meine erste Runde ist Skywars. Also wirklich Predi, ne? Das ist meine EP. Bin ich grad nicht. Ja, Digga, das ist meine Diagnose. Tust du, als wärst du was, was, äh, weirdes. Nimm sich auch nicht so schön. Ey, ich kann nicht so weit nach oben. Ja, Digga, der macht doch eh nix. Ja, klar. Ich hab ja nicht gesehen. Ich bin einfach runtergelaufen. Oh mein Gott. Einfach ohne Grund, weil ich ohne Grund. Ich bin einfach so runtergelaufen. Also ein Valorant gibt's da für die Todesstrafe, wirklich. Oh mein Mike, was geht? Oh, mich will ich das geben, so. Händ doch ab. Oh, aus dem nächsten Mal. Spaß, chill. Hi. Okay, Suski, du bist crazy kurz. Oh! Digga, der Typ hätte mich ja fast zu Ops genommen, ne? Ja, alles gut noch. Fände mal ein bisschen Zeit, also. Ja, das gibt's für keinen Sinn. Der Typ kommt an die Knockback. Was, Digga, das hab ich auch nie gehabt, dass ich euch einfach abklemmen. Ne, Digga, das ist ein bisschen peinlich, seid ehrlich. Was ist denn jetzt los? Sus? Ey, ich hoff grad auf den da über uns, ne? Könnt du, Sus? Ja, was? Oh, nice kick. Ja, nice predig. Rhymini springt gleich wieder rein, ich sag's dir ganz ehrlich. Oh mein Gott. Ja, das war geplant, Sus. Ach, Schnauze. Ich hab keine LP mehr, hast du eine LP? Ich werd von einem random von hinten gekippt, ne? Ich werd nicht mehr. Rhymini, du musst eigentlich Watergold anziehen. Ich mach ja wirklich von einem random. Ich mach ja wirklich von einem random. Warfuck, please. Du wirst objektippt. Annick dich, Sus. Alter, wirklich. Diesen Händler bitte Asiatisch. Ich schwärm ihn jetzt an, schreib ihm, er soll sich gelöschen gehen. Komm bitte, Hentai bitte. Die müssen mich anrecken. Das ist wie Kai-Craft, aber. Der Typ wird Gott schütteln. Der Typ wird Gott schütteln. Bitte Hentai, bitte. Ja! Nein, du musst ja nicht spielen. Wenn du Eier hast, dann musst du eins. Nee, ich bin unten. Also, Gredi ist noch im Wasser, aber ich bin oben. Ja, guck doch halt. Guck halt runter. Gredi, Kasa-Follower-Falli, die Einseck, wenn du verstanden. Ach, sorry. Hä? Hä? Ich bin bei dir hinter dir. Bist du denn? Bist du halt dead, wenn ihr da platieren bleibt? Blut. Bist du das nicht, Mike? Nehmt den Enchant. Biffi, ist ein gefährlicher Gegner. Ich brauche mich ein. Der hat mich gerade noch weggepurlt, weil so ein Typ sich zu mir gebaut hat. Ja, aber du wirst mich sagen. Wie macht man das mit dem Bauen dabei? Ich brauche halt nicht mal ein Schwert. Ich brauche aber auch eine Axt. Warte, warte. 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 Wo ist er denn überhaupt? Er hat sich gesaved da. Hab ihn unten. Ja, super geworden. Richtig gestört er mich. Ich hab einen Bogen gesastet. Dicke, was ist der Sinn jetzt? Nee. Nee, Dicke. Ey, ihr schämt euch nicht. Bödi, alle runterschmeißen einfach. Oh, sorry. Ich dachte, das wär... Ich seh nichts, Dicke. Ich weiß nicht mehr. Oh, das ist Bödi. Was? Was? Ich hab richtig gekillt. Hat grad wirklich Mike die Runde gewonnen? Nee. Bödi, Dicke. Nee, nee, nee. Das gibt's heute. Du willst einfach meine... meine Schicht. Das ist auch in zehn wieder hier. Er hat so einen Knopf weggefallen. Ich hab einfach die Scythe verboten, Jungs. Bring's doch rein. Nee, Dicke, Alter. Nee. Oh, ein Gegner. Ich rappe macht aus. Mach raus, Jungs, mach raus, Jungs. Ja. Hä, ich hab ihm einen Hit gegeben und noch einen Ida hinterher geworfen. Du hast doch mit dem. Ja, ich mach raus, Alter. Ich mach ja wirklich... Mo, ich hab keine Vaps. Ich mach hier schlecht für heute. Ich wollt die grad... Ich wollt grad auch, was sie nennen. Was hast du denn? Du schäfst dich nicht. Ey, es lebt noch im Ramblin eigentlich, ne? Wow. Ah, ich hab ihn runtergehettet. Nee, doch nicht. Ich bin jetzt so gut vorbei. Das war's mit Zeus. Nee. Mike ist wohl nicht tot. Oh, Zeus. Da hättest du den Hit kriegen können. Hä? Was ist das denn? Er hat dich gefickt. Nix gefickt. Der Slime-Block hat mich genommen. Wieso? Hä? So toll? Ich bin da draufgefallen. Richtig gefickt. Oh mein... Nein. Nein. Oh mein Gott. Falls ihr einen zweiten Part haben wollt mit den tollen Leuten hier, lachst doch gerne ein Like da. Bei 3000 Likes mach ich das. Und ähm, ja. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Und ich hasse euch. Ja. Ja. Beagle. Scheiß drauf. Da ruf. Musik